Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker, willkommen bei Gamer ganz persönlich Und diese Serie kommt bei euch sehr gut an, das freut mich irrsinnig, weil ich es einfach ganz wichtig finde, dass man sein Gegenüber oder sein Nebenan, je nachdem wie man unterwegs ist auf der Konsole oder beim Gamer, dann ein bisschen kennenlernt Und für mich als 41-Jähriger, ja ich gehöre eigentlich schon zur Seniorenliga bei den Gamer, freut es mich auch, wenn ich schon Leute kennenlerne, die auch so alte Säcke sind wie ich Und einen davon habe ich mit dabei, Servus Herbert, grüß dich Hallo Bitwalker, Servus So Herbert, ein alter Sack wie ich und auch ein Österreicher, das freut mich natürlich doppelt Wo kommst du in der, erzähl ein bisschen was davon über dich Ja, ich bin 43, verheiratet, drei Kinder und wohne an der Landesgrenze Salzburg und Oberösterreich in einem Ort namens Oberhofen am Irsee Aber der Lebensmittelpunkt ist eigentlich Salzburg, ich arbeite in Salzburg und Kinder gehen in Salzburg in die Schule Voller Salzburg ist ja direkt um meine Ecke dann mehr oder weniger, da muss ja mal ein Real-Life-Treffen auch stattfinden Kein Problem Das muss ja mal sein Ja, 43 Jahre und Gamer, man wird oft gerne ein bisschen belächelt von der Jugend oder was Und so eben als alter Mann abtituliert Und ich habe in deiner Bewährungsmelde gesehen, du hast bekannt, das ist voll brutal, weil du bist einer, der kennt das noch Trikotronic Es ist so genial, liebe Zuschauer, kennt ihr Trikotronic? Was hast du das gehabt, Herbert? Hast du da eine ganze Sammlung gehabt oder ein paar einzelne Geräte? Ja, ich habe ein paar so Handhelds, ich habe sogar, um mich jetzt da ein bisschen vorzubereiten, habe ich sogar gegoogelt die Trikotronic, um zu schauen, was habe ich da für Teile gehabt Und da waren diese ganz einfachen Sachen, das kann sich jetzt wahrscheinlich keiner vorstellen, so wirklich grau-schwarzer Bildschirm mit einem Mannstall, was irgendwie links und rechts sich bewegen lässt, um irgendwelche Fallschirmspringer aufzufangen Also das glaubt man heutzutage gar nicht mehr Donkey Kong natürlich auch gehabt, das waren so die ersten Erfahrungen im Gaming Stunden haben wir gebraucht mit dem Zeich, Stunden So ist es, ja, ziemlich gut Gibt es übrigens, ich werde das unten reinminken in der Videobeschreibung, es gibt übrigens einen Simulator dafür Also es gibt diese ganzen Trikotronics auf einer Webseite, da kann man es dann wieder spielen Das ist ganz eine coole Sache Spielhalle, LCD-Handhelds, Super Nintendo, Playstation, Xbox 360 Hast du alles gehabt oder sehe ich da gerade in der Videobeschreibung? Ja, ich bin ein Gamer von der ersten Stunde und diejenigen, so wie wir, die damals Trikotronic und Super Nintendo gehabt haben, die spielen jetzt offensichtlich immer noch Also die Community, glaube ich, wächst auch bei den über 40-Jährigen Ich glaube das Schöne ist einfach, dass wir mit dem groß geworden sind und wir das einfach wahrscheinlich miterlebt haben, wie sich dieser Spielemarkt oder diese Spielmöglichkeit, so muss ich sagen, entwickelt hat Ja Weil, ich weiß nicht, du wirst auch so, was wir gespielt haben mit Wolfenstein 3D, einer von den ersten Shootern eigentlich Ja, genau Wie primitiv, dass wir da unterhalten worden sind Ja Und heute diskutieren die Leute, ob irgendwas 900B, 27B oder 1080B hat Ja, nein, die Entwicklung ist ja Wahnsinn, was wir da mitbekommen haben Du stehst aber, also nicht nur, du sitzt nicht nur vor einer Konsole, ja sehr, du bist voll berufstätig, hast Familie, alles drum und dran Möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, kein Problem, also wie gesagt, ich habe drei Kinder, drei Jungs, der älteste ist 18, Zwillinge mit 16, gerade den 20. Hochzeitstag gehabt Und bin berufstätig, bin Wirtschaftsinformatiker und arbeit bei einem großen Lebensmittelhandel in Salzburg, in der Hauptzentrale Die ist in der Umgebung vom Europark? Ja Aha, okay, weil da habe ich eine gekannt, die da auch gearbeitet hat Ja Drei Kinder, 18 und 16 Jahre, grob zusammengefasst, wie glaubt ihr es daheim im Gaming? Ich sage jetzt einmal, zwischen den Kindern und mir gibt es die größte Harmonie, was Gaming betrifft Meine Frau ist sehr strikt dagegen Das ist so ein bisschen der Gegenpol zu dem Ganzen, was einem vielleicht gut ist, weil es uns da auch ein bisschen im Zaum hat Also sie kann das Ganze nicht nachvollziehen und nicht verstehen, sie hat halt andere Interessen Aber wir, sage ich mal, einigen uns, ich bin jemand, der da kompromissbereit ist und ja Es ist kein Konfliktpotenzial, sondern einfach eine Sache, die man nicht ausmachen muss, oder? Ja, genau so ist Aber deine Kinder spielen die auch? Ja, also wir haben drei 360 im Haus, drei One Wir haben Drei Xbox One habt ihr da gestellt, oder? Drei One, ja Die laufen teilweise auch gleichzeitig, also da habe ich dann auch mit Router und Nutt und so weiter Kopfstand machen müssen, damit drei Wons laufen gleichzeitig, aber funktioniert Okay, und die Salzburger AG oder wer auch immer euch ein Internet anbietet ist, der freut sich, dass ihr eine schöne Leitung habt, oder? Wahrscheinlich, ja Okay, so drei gleichzeitig Konsolen haben wir auch noch nicht gehabt, da waren Pierswürste und seine Frau, die Nachtwache, die, die haben zwei Wands stehen, aber drei, okay, das ist mal das Highlight, glaube ich, ja Ja Die Frau ist der Gegenpol, also bei mir zu Hause auch ein bisschen so, ja Das heißt sie, du hast schon gesagt, sie ist nicht so ein Fan von dem Ganzen, aber sie lebt halt auch damit, oder? Oder das gehört einfach dazu irgendwie bei euch? Gezwungenermaßen Was dürfen die Kinder spielen, was dürfen die Kinder spielen? Wie bist du, wie hast du das angegangen und wie hast du das irgendwie gelöst bei euch zu Hause? Da ist es überhaupt ein Thema gewesen? Ja doch, das war ein Thema natürlich auch von meiner Frau ausgehend, also wir waren da immer, immer, ich sage jetzt mal bis vor zwei Jahren sehr strikt, also wir haben uns da an diese FSK gehalten und an Peggy und die ganzen Dinge, also wir waren da sehr strikt, wir haben einfach eine Linie gefahren, weil das haben wir bei Filmen und so weiter auch durchgezogen, dass das altersgerecht ist, das ist uns schon wichtig, bis vor zwei Jahren hat das auch gut geklappt, aber dann ist es ein bisschen aus den Zügeln gegangen. Weil, ich meine, ich habe dann auch vermehrt auf der Xbox 360 gespielt und auch, sage ich mal, Shooter ab 18 und da ist es umso schwerer gefallen, wenn dann, die Konsole steht bei uns im Wohnzimmer, wenn dann die Kinder vorbeigehen und die spülen, sie dürfen nicht, da haben sie sich dann live gesehen, sodass wir dann die Zügel etwas lockerer gelassen haben und ich meine jetzt nicht irgendwie Wolfenstein oder Outlast oder solche Spiele natürlich, sondern schon einigermaßen. Entsprechend, die dann, wo sie dann eigentlich von Papier her noch zu jungen, haben ihnen dann auch zugestanden. Ja, ja, natürlich. Also kann man auch sagen, also, wie soll ich das jetzt formulieren, also ich bin einfach der Meinung, ich halte von diesen FSK-Geschichten nicht so viel, weil ich einfach der Meinung bin, dass es Leute gibt, die 18 sind und das geistig nicht verarbeiten können, wenn sie Wolfenstein spielen. Und es gibt Leute, die werden vielleicht 15 Jahre sein und die könnten das locker wegstecken, ja, weil sie könnten locker von dieser virtuellen Welt wieder umschalten in die reale Welt. Gibt es da bei deinen Kindern Probleme oder ist dir schon mal irgendwann mal aufgefallen, dass du sagst, hoppala, da muss ich ein bisschen aufpassen oder das läuft das irgendwie, wirkt sich das wirklich aus oder auch nicht? Also von der Auswirkung her nicht wirklich. Das Einzige, wo man sie bremsen muss, ist dann im Ausmaß, wie lange sie spielen. Wenn das dann, sag ich mal, über mehrere Stunden geht, muss man es einfach einbremsen. Ich meine, ich verfolge diese Diskussionen bezüglich Spieler ist gleich zukünftiger Serienkiller schon sehr genau. Ja, FSK finde ich gut als Empfehlung, aber ich sehe es so wie du, man muss das schon auf die individuelle Person zuschneiden und sagen, ist der am geistigen Stand von einem 16- oder 18-Jährigen oder nicht? Und so handhaben wir das auch. Also ich mache da einen großen Unterschied zwischen Realität und Spiel und bin nicht der Meinung, dass wenn einer einen Shooter spielt, dass der potenziell irgendwie zu Gewalt oder zu Schlimmeren neigt. Ja, ich sehe auch vollkommen so. Ich sage lieber, hau dir auch dem anderen virtuell eine auf die Fresse, als wenn ich in der Natur wäre draußen. Ja, genau. Aber jetzt sagst du, das Ausmaß, gibt es da oder hat es da ab und zu Diskussionen mit den Kindern gegeben, so nach dem Motto, Papi, 20 Stunden, meinst du, sind genug, wir glauben nicht, dass es genug ist oder irgendeine Richtung? Gibt es laufend, gibt es laufend. Also wir müssen sie einfach einbremsen, merken wir selber, man übersieht einfach die Zeit und die Jungs gehen in die Schule und haben andere Verpflichtungen. Da muss man es einfach einbremsen, so wie wir selber einbremsen müssen. Und da haben wir ja auch meine Frau eben als Kontrollorgan und Schiedsrichter und als Aufpasser. Und wenn dann ein gewisses Zeitmaß erreicht ist, dann sagen wir, okay, jetzt ist Schluss oder beziehungsweise nach der nächsten Runde ist Schluss, weil ich ja nachvollziehen kann, dass man mitten in einer Spielrunde nicht gern aufhört, sondern die noch zu Ende spielen will. Und dann ist das aber auch okay, da gibt es dann keine großen Personen. Aber es ist ja nicht so etwas, was du sagst, da gibt es familiäre Probleme noch. Nein, ganz und gar nicht. Finde ich wichtig, darf nicht sein, weil da muss man sich überlegen, ob man das Ganze nicht überhaupt generell einstellt, natürlich. Genau. Sehr spannend, sehr spannend. Ja, das ist mir interessant, mal so zu hören, auch von jemandem, der noch eine größere Familie hat, natürlich. Ja. Ja, Herbert, hast du von dir aus was, was du noch ein bisschen erzählen willst aus deiner Geschichte, aus deiner Gaming-Welt? Oder ich habe gesehen, du spielst am liebsten genau Call of Duty, Battlefield, also wirklich First-Person-Shooter. Was spielen deine Kinder am liebsten eigentlich? Eigentlich dasselbe, also die spielen wie Call of Duty-Teile und mit dem jüngeren Sohn spiel ich auch Battlefield 4. Das ist wahrscheinlich gewachsen, dadurch, dass sie es bei mir gesehen haben. Wie stelle ich mir das jetzt vor, er hockt in seinem Zimmer, du in deinem, er schießt über den Haufen und lacht sich dann eins? Oder wie läuft das dann eigentlich ab? Also zum Teil stimmt's, er sitzt oben, er sitzt unten. Wir spielen meistens im selben Film, aber ich sag jetzt einmal, mittlerweile ist da schon die Grenze erreicht. Früher habe ich es weggeschossen, ganz klar, und jetzt werden es aber schon so gut, dass das dann an mich herankommen oder besser sind wie ich. Aber das stört mich nicht, dass ich da kein großes Konkurrenz-Denken um will. Wenn es nächstes Mal ums Geschirrspüler ausräumen geht, ist das nicht, wenn du eins gegen eins spielst, wer dann du ausräumen musst, oder? Das heißt, ich habe mir auch mal ein guter Gedanke, das auszuhaben. Da sollte man das mal in Erwägungssinn für das Eventuell. Eine spannende Geschichte dieses Jahr, das ist echt lustig. Ja, vielleicht ist das bei dir auch so in ein paar Jahren, wenn mein Junior ein bisschen größer ist. Ich habe dann schon Angst, dass ich meine Konsole teilen muss, weil zweite Konsole bringe ich bei meiner Regierung sicher nicht durch. Da wird es ein bisschen enger, aber gut, jetzt wört man mal ab, was da alles noch kommt in der Zeit. Herbert, hast du von dir noch was, was du jetzt loswerden willst, so in die Runde der Zuseher, Zuhörer? Ich habe es ganz kurz angeschnitten. Also ich finde es wichtig, dass es auch Spieler gibt über 40, die nicht nur als Kanonenfutter gelten. Und ich denke, du und ich, wenn wir gemeinsam Battlefield spielen, dann können wir durchaus auch mit der Jugend mithalten. Es ist nicht so, dass wir jetzt die Allerschlechtesten am Service sind. Also ich finde es auch deshalb wichtig, dass es Channels wie deine gibt. Und ich bewundere das, dass du das machst. Und auch einen kleinen Fokus auf die über 40-Jährigen hast, weil, wie gesagt, ich glaube, dass da die Masse gar nicht so wenig ist. Ich bin da in so einem über 30-Jährigen-Clan drinnen. Also da sind, glaube ich, 700 Mitglieder. Also es gibt durchaus eine Zielgruppe der über 30, 40-Jährigen und die kann man durchaus ansprechen. Ja, vor allem, wir sind mit dem Ganzen groß geworden. Wir wissen, von was wir reden und wir haben alles miterlebt. Definitiv. Wir wissen, wie wir wieder, auch wenn wir älter sind, sind wir ein bisschen ruhiger. Und das ist ja bei manchen Matches gar nicht so schlecht, weil man nicht der Stürmer ist, der vorläuft, sondern der ist, der hinten sitzt und sagt, warte mal, lass uns mal kommen, nicht erwischen wir schon noch. Herbert, ich habe für dich auch noch ein paar Fragen, die ich einfach dir stelle. Und du beantragst sie so, wie es dir spontan einfällt. Es geht nicht nur um Games, es sind einfach die sechs Standardfragen, die ich zum Schluss habe. Schieß los. Mein Lieblingsgame ist? All time oder momentan? Wie auch immer. Wenn du dir an das Filmingsgame denkst, was fällt dir sofort ein? Das erste, was ich meine, ist Legend of Zelda auf Super Nintendo. Das ist das Spiel, wo ich so viele Stunden und Tage und Zeit und Hirnschmalz reingesteckt habe. Absolutes Lieblingsspiel. Absolut nicht mag ich? Absolut nicht mag ich das Genre so aller League of Legends, Starcraft. Mit den Spielen kann ich überhaupt nichts anfangen. Okay. Der bewegendste Moment in einem Spiel war? Ich bin weniger der Singleplayer-Typ, eher Multiplayer. Deswegen gibt es da kaum vielleicht Call of Duty Modern Warfare 3, wo einer der Hauptprotagonisten, der so blacktivisch stirbt. Das war halt so ein Held der Serie, Call of Duty, wer das näher kennt. Das war recht traurig, aber ist ja nur ein Spiel, ist ja nicht echt. Ja, Gott sei Dank. Am meisten Spaß hatte ich mit? Am meisten Spaß hatte ich vor einigen Jahren in einem Clan, wo wir am PC Rainbow Six Raven Shield gespielt haben. Das war eine sehr lustige Zeit. So ein Game würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen Call of Duty 4 Modern Warfare, der Teil der 2007, glaube ich, rausgekommen ist. Neu aufgelegt, auf der One Spielbar, neue Grafik, aber ansonsten vom Spielprinzip her gleich. Okay. Dein Gamertag ist Anthropik 99 und das ist natürlich genau gut. Meinen Gamertag habe ich gewählt, weil... Ja, weil mir nix blöder sein muss. Ich habe Anthropik gehabt auf dem PC, bei Steam und so weiter. Keine Ahnung, wie ich damals draufgekommen bin auf das. Und der Gamertag, weil ich wieder auf Xbox umgestiegen bin, nicht frei. Und habe dann einfach Anth dazugehängt vor 99 am Schluss, damit ich halt irgendeinen habe. Und nicht der normale, den Xbox live vorgibt, weiß ich nicht. Nebelpflaume 47 oder so einfach. Ja, wunderschön, alles klar. Herbert, das hat mir jetzt wirklich mächtig Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Total super. Ich hoffe, wir werden uns wirklich mal live treffen, wie gesagt Salzburg. Gerne. Wenn du am Europark in der Umgebung arbeitest, da werden wir sicher mal irgendwie zusammenkommen. Auf jeden Fall. Für alle anderen Kommentare unter das Video, sein Xbox live Profil poste auch unten rein. Freunde-Anfragen sind interessant für dich, Herbert? Gerne. Ich habe noch genug Platz auf der Freundesliste. Na bitte. Also, wenn ihr den Herbert sympathisch findet, dann klickt ihn an und addet ihn dazu. Und dann könnt ihr sicher mal gemeinsam mit seinem Sohn zacken. Mal schauen, wer da wem runter hat. Herbert, nochmal herzlichen Dank. Weil er hat dich wirklich sehr spaßig mit dir. Schönen Gruß an die Familie. Schönen Gruß an die Frau. Ich soll ein bisschen ein Auge zuzwinkern, das Auge zudrücken. Und an alle Zuseher, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr wisst es, eine E-Mail an events.bitwalker.at mit kurzer Vorstellung. Und ich melde mich bei euch und sage nochmal herzlichen Dank an alle. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.